geht los die frage war warum wir hier sind also wir werden jetzt nicht dafür bezahlt wir sind hier weil wir einfach zu einer ayurveda kur wollten und haben das für mich 2008 zufällig gefunden damals mit einer entsprechenden krankheit aber die schulmedizin hat da ganz anders darauf reagiert hier wurde von vornherein anders die krankheit behandelt das wurde gereinigt 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 von innen von außen und erst danach wurden die symptome durch die reinigung und durch ganz andere herangehensweisen behandelt also 2008 habe ich dieses ressort hier zufällig gefunden weil die schulmedizin in deutschland da nicht weiter kam hier wurde mir sehr viel geholfen so dass ich danach völlig geheilt wieder den magen darm trakt benutzen konnte und habe es dann einfach alle vier jahre auffrischen können auch meine frau davon überzeugen können her zu kommen und insofern geht es uns mit diesen ayurvedischen behandlungen und ansätzen hier sehr gut mein mann ist inzwischen das vierte mal hier ich bin das zweite mal hier bisher waren wir immer jeweils alleine hier dann es ist wirklich keine wellness kur es ist ayurveda kur mit sehr intensiven behandlungen aber wie gesagt die gehen sehr in die tiefe sehr reinigen tun uns sehr gut jetzt sind wir zusammen drei über drei wochen hier gewesen jetzt geht es uns gut jetzt haben wir wieder kraft und energie getankt und wollen wieder nach hause